Samtags zählt nicht jetzt so Oh alter was? Guck, jetzt einmal gute Jena direkt und jetzt checkt Elo ab Darauf habe ich jetzt Bock gegen die Aufraum Alter Elbeck Hab ich schon gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag Ich hab eigentlich keinen Bock gegen Cryptical Ey komm geht rein einer Wollen wir aborten? Nein, Platz 10 Aber die, ey, die spielen so eklig, ne? Ey, übernimm noch einen Ich hab keine Ahnung, was der Fabiano die ganze Zeit probiert Doch Doch, bauen wir abort, der macht kein Mid-Energy Soll ich aber und, na und durchs, ja doch, bauen die Die waren noch kurz Na kurz, Frau, haben die nur eine Schicht? Dankeschön Ich hab schon Ich hab kurz heftig, was da aufmachen Wer mö Pass auf, nicht, dass sie die P4 aus Ja, ich werd jetzt oben da umgehen Ich hab noch ein halbes mit oben Ja, ich bin da, wäre das Die machen auch manchmal einfach random mit Stärke, mit die Erste, ne? So hochkassen Äh, ne Gold, ne Zilling, 3 Gold Kann ich kurz Sech das auftun? Ich kann da nicht Ich kann da keine Blöcke hinsetzen, mein Upper Range ist zu klein Ich hab drei zu nahen Kisten rein, ey Für oben Für oben, ja, oben bin ich gar nicht Oben bin ich gar nicht Oben bin ich gar nicht Die ziehen grad oben Ey, Digga, was war das denn? Ich wollt die ganze Zeit Blöcke spammen dorthin auf den Weg, damit ihr nicht hochkommt Aber eine Range war zu klein Und die Blöcke zu setzen Die haben schon drei Schichten jetzt gleich, ne? Und das die ganze Zeit, Digga Ne, noppt mich wieder schon Ey, ey, er hat nur Stick in der Hand die ganze Zeit Hast du ihn schön? Äh, Erste, oder? Verkackt Digga Warum hab ich zwei Schwert anstatt ein Stick? Wenn wir es hier liegen vor die Kuh drin Dann haben wir es hier liegen vor die Kuh drin Aber er ist mit Schwerstruf, oder? Passt schon Da liegt ein voll die Kuh drin Ich hab EC dabei Ich hab noch gar keinen EC, glaub ich, von uns, ne? Kann ich, äh, Dingga Der Kontert Kann ich Save Chester aufbauen? Soll ich nochmal drei Schafe shoppen? Der Messer muss die Loll? Ist ja ein anderer von mir irgendwie vorbei Hä? Bruder, ich komm keinen Block Empty machen, weil ich die Kisse Oh mein Gott, ey In der Mitte ist einer Oh, die Schafe waren echt gut Dann ist kein 13er rein Ja, ja, klar, 10T Mach 10T Aber einer ist in der Mitte Mach 810T, oder? Kein 13er, kein 13er rein Ich mach dir rechts oben Vor dem, vor dem, Savage Dug, wenn Rechts oben Ja, mach 810T, schnell, yalla Er ist wohl niemandem base, ich weiß Savage Nein, nein, ich will jetzt Soll ich den? Ich chill, sag, 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 sag Ich muss erst Save Chester aufbauen Der hat ein Eisenschwert unten Der hat Eisenschwert Der hat Eisenschwert Die sind zur Zeit Die wollen WEP glaub ich machen Mach schnell das 10T Mach schnell das 10T Ich kann, kann wahrscheinlich nicht Doch, klar Alter, ich hab Ich hab den mit Eisenschwert wandelt Eisenschwert ist wandelt Ey, der hatte Goldschwert Nein Doch Echt jetzt? Echt shopp TNT Soll ich mich? Mach eins rein Kann ja nicht sein Guck bei Fabian 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 Ey, Digga, was habt ihr gemacht? Ich war viel jung auf den Schichten Abgewartet auf TNT Es kam einfach nichts Ja, jetzt mach Ja, jetzt ist halt viel schneller TNT Ja, das war wirklich so Du hättest halt echt viel schneller TNT werfen müssen Ja, ich hätte gedacht, die wollen unten werfen Äh, Minus 1,57 Oh, das ist krass Das ist höchstwürdig Nammel-TNT Wenn wir das TNT fahrgacken Dann können wir eigentlich kommen Wir haben 9 TNT Sag ja nicht mal daran Ihr seid gestorben einfach mit dem TNT EP EP Eisenschwert in die Base Ja Er kommt noch ein TNT Ja, hier war es ein bisschen unlucky Web wurde gesetzt TNT ist genau in der Sekunde explodiert Und das Web wurde weggesprengt Bevor ich im Web war Ich hab Ich hab Ich hab keine Stärke Randy, bitte Wer bist Was? Mal hoch Rück aber nur B durch Ja, was ist Also wie kann man Hä? Wer hat den gemacht? Ich weiß es nicht Er hatte Eisenschwert, glaub ich, oder? Ja Oh Einmal hat der Aim Nils, Digga Ich weiß Ich weiß Ziemlich XD Der Limes-Retter hat er gehangen Ich sag immer Ziemlich XD Ziemlich, aber schon großes D Das ist ja Doch Nein Nein Bitteschön Was machst du denn? Hallo Was machst du denn? Junge, ich mach euch verliebt, Junge Hat der Fett? Hat der Fett? Ziemlich 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 Fingstück Wer mich durchbunget Ja, jör unf cm Zeige Einer lebt noch Schön Schöhn Wemmis, wie leuerst du mir live mit dem Dach baust? Bauerwaerl stick rein! Blecke rein! Wie advanced Clarke Es kommt gerade innen Einmal mit den Nilsимость jör type Puschek Noch einer du musst jetzt drauf fallen auf den Bogen Dünn und unter岐ß noch einen supporter Zweiter Bogen Beide Bows Down Beide Bogen auch down Schööööööhn, Jungs Och, lovely medo neverline 1! Verwiss, Fußballgurts, Jungs. Habt ihr oben? Ja. Ja, zwischendurch für uns. Wir haben aber... Ich dachte du jumpst durch mich durch, nicht. Wir haben nichts hier durchgezogen, ne? So, wir haben jetzt weiß das von, was das von der Höhe ist, auf 100?! Ja, spring. Okay, sehr schön. Gut dann, Jungs. Äh, weptleeg, picoleeg. Und TNT? 2 TNT bitte 1 Gold brauchen wir nämlich noch 4 TNT? 4 TNT Gute Blicke Hast du alles gemacht? Fack die, du springst da unten auch rein Ich spring da unten Sobald das Bett weg ist, pusht du von der Base in die Mitte Okay? Ich meinst ernst? Ja, zu krasser Call, der Gast Also jetzt Mit einer einfach nichts machen Schön Ich kann's gar nicht abrufen, wenn wir uns sehen, seh Digga Das einzige was die Trine sind, halt einmal 13er drauf Und dann Schafe machen Und wenn das auch nicht klappt, dann nochmal kurz vor dem Schafe einbauen Das sind die Sachen, diese Trine Irgendwie was mit Bogen EP Wann ist der Bogen hoch? Ja, ne 2 noch Ja, jetzt könnt ihr die anderen auch noch raten Na, ich bin down Digga Haaa Soll ich für Auffall, die Typen wirklich? Er hat auch noch 2 jetzt Naja, weiß ich nicht Ah, ja gar nicht Komm ich doch unbedingt mal Vemes besuchen Lass mich das Bett auf Ehren Komm, für die Er kommt, wir warten Schön Niko, schön MVP Combat Gold Applikatorische 0 Elo Ich hab nein 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 Das kann nicht Das kann nicht rein Du Scheiße Das ist das, was ich grad schon sag Was für? Ah Nein Ich hab einen anderen, der dich Warte, 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 warte Gott bin ich ein hartes Opfer Nein 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 Was, wie viel Elo fehlt denn noch? Ja, in der Zeit spielen die doch schon 4 CWs, Dios Okay, es passt vorne und hinten Ich hoffe, wenn die jetzt 5 CWs verdone haben Ja, es ist halt egal Guck mal, sie boh Ah ne, 20 Minuten, ich bin schon die ganze Zeit gegen Netflix Aber das ist so Ja, aber wir spielen 7 CWs oder sowas Boah, die haben ein Elo mehr, ne? In der Zeit spielen die 20 CWs Dann gewinnen wir einmal gegen die Wir sind mit einem Elo vor, den auf einmal spielen die schon wieder 10 CWs Was ist das Ding? 1645 Ich krieg 1645 Ja Ein Elo Ich bin dafür, dass wir das Elo in der Organisation Ich bin dafür, dass wir dieses Elo da wieder weg machen Ey, oh mein Gott MVP Maxi ist kein Spammer mehr Hattest du mir gesehen, Alter? Ja Was machst du denn? Was machst du denn? Ich find so Maxi im Clan ist echt nicht gut Weil er will nicht mehr Spam Ist so Ist so Und normal ist der halt nicht so krass Ich weiß Ah Und der spielt noch undercover Ja, und wenn man den Elo wie als Spammer noch im Clan hätte, okay Ey, Vemess 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 Ehre Hi Alter Vorher hab ich noch Clips von ihm geguckt Nein Ich guck auch immer Clips von mir Ey, na wo die wo die wo gegen Oskar und so Ich wusste gar nicht, dass Digga ihr seid Vom hat Oskar eigentlich kein Premium Plus mehr Du Scheiße Du Savage Das sind die von grad eben Nice Ey, ich hab euch ohne was dran Ey, ich hab euch ohne was dran Also ihr könnt ja auch mal Wir haben noch nen Clan-Account Wollt ihr vielleicht bei uns mitspielen? Nein Wir sind die größten Random-Sexos, Alter Da brauchst du dich zu fragen, Junge Hält ja sein könnt, just for fun Hält ja sein könnt, just for fun I know where we can go Where the sunrise lasts forever I know where we can go I know where we can go Hab den Halt, mein Rage Ah, stop Hinter uns Hoben Kurzfall Habe Hoben ist doch der andere Memes, hol dir den Minecraft-Bogen, los Lega, ich hab so keine Lust mehr, Alter Ich hab halt keine Blockungen und kein Essen mehr Ich bin so ein fettes Neckens Schatz Mein Oli Stolen einländ, ich trip glaub mir, ne Ho bleibt eine Bitch und meine Ode, Mama, Tick Halt